Wie ist heute was klappt? Heute zeige ich euch ein Video über meine Katze. Wie aggressiv das sein kann. Ja, legen wir mal los. Da läuft die Katze. Da fliegt. Da fliegt. Wie alt. Ist da für uns? Ist ja der Schluss. Mit uns? Kaffee. Kaffee. Guck. Aaaaah, eine Hand. Fuck. Ist aggressiv. Ist aggressiv. So. Oh, fuck. Leute, der ist hochgesprungen und hat mich geprissen. Ich kann nicht mehr weitermachen. Mein Bein blutet. Ah, der hat eine Wunde. Nein. Guck mal meine Beine an. Was passiert? Leute. Ja, das ist... Schreibt mir in die Kommentare, wenn das Video euch gefallen hat. Dann mache ich ein neues Video über meinen Kaffee. Gib mir 300 Likes hoch. Ja, und dann mache ich ein neues Video. Dann schau. Auf. Oh, fuck. Jungs. Der hat doch nicht aufgehört. Kaffee. Kaffee. Das ist mir leid. Das ist mir leid.